Einen wunderschönen guten Tag, Freitagabend und wir betreten den Untergrund. Osttunnel. Betreten. Bin gespannt, was passiert. Okay, wir laufen tatsächlich durch den Tunnel. Finde den Weg zum Kronensender. Oh, der Kronensender. We all know what that means. Maybe we find the Radio-Moderator. Ähm. Hallo. Hallo? Hä? Oh, greift die mich nicht an? Oh, hier könnte man morgen schönen Stahl sammeln. Oh, der ist natürlich auch... Grüß mal gemein hier. In eine kleine Kammer. Morgen. Mann, hau dich auf den Stein! Ist noch ein fetter. Gut, wir sammeln uns erstmal hier so ein bisschen durch. Gucken, wo wir rauskommen. Dreh dich um. Oh, dreh dich doch um! Gut, dann drehst du dich halt nicht um. So, wo kommen wir denn hier hin? Ach, hier würden wir auf die andere Seite kommen. Die wir allerdings auch relativ easy erreicht hätten, indem wir einfach das Auto zerstören. Sind wir ehrlich, den Luxus gönnen wir uns jetzt einfach mal, dass wir uns hier auch die Autos freischaufeln können. So, nächstes Jahr, Gegner. Ich geh doch auf, Maul! Ich seh nichts! Morgen! Komm her! Oh ja, sehr gut. Es gibt keine Karte, ne? Nein. Untergrund, Schutzräume, Verladebereich, Zugang zum Kronensender. Oh, da müssen wir hin. Verladebereich, Untergrund. Gott, Alter, das... Das war auch nicht gut. Da ist eine Mission. Eine Mission Impossible. Oh. Oh, shit. Mal davon abgesehen, dass das glücklich war, dass er mich nicht getroffen hat, wäre ich fast runtergefallen. Die Straße, die weiter in die Anlage führt, ist zerstört. Finde einen anderen Weg. Du solltest was beim kaputten... Du solltest dich bei der kaputten Brücke umsehen. Okay. Hab ich. Nichts passiert. Hallo? Ach, das ist hier der Alternativweg. Der ist mir Wurst. Na gut, dann gucken wir uns mal hier hinten um. Zugangs... Oh, Gott, war das knapp. Blockiert. Hier ist nichts blockiert. Alter, ist nicht dein Ernst. Wieso kann ich denn alles auf der Welt zerstören, aber das nicht? Ah, kacke, Alter. Ungeil. Ja, gut, dann müssen wir unten langlaufen. Mann, dass man hier nicht auf die erstbesten Wege immer kommt. Mann, das muss jetzt nicht wirklich so ein riesen Umweg laufen, oder? Bin ich doch mittlerweile One-Hit gegen die, ja? Oh, sorry. Oh, da ist mir auch reingefallen. Okay, ich muss mich... Drink and healen! Miese Companions. Also, wie gesagt, das sind immer noch, finde ich, die absolut krassesten Dudes hier in dem Spiel. Hallo? Diese komischen Scheißwerfer. Ich hoffe jetzt einfach mal den offensichtlichsten Weg. Oh, Mann! In der Hoffnung, dass ich auch genau jetzt da oben ankomme. Wurde ich schon wieder getroffen? Oh, wichtig! Wichtig! Super wichtig! Ja. Scheint der richtige Weg zu sein. Oh, ja! Mit Lagerfeuer. Ja, wahrscheinlich gibt's unten noch ein paar Geheimnisse oder sowas. Keine Ahnung. So, wie komm ich denn los? Wie komm ich denn zu dir? Wusste er wohl auch nicht. War von uns alle überraschend. So, wir gehen trotzdem schon rein. Oh. So, wer steht da? Ja, okay. So, zack. Kurz aufgeräumt. Ja, wie gesagt, es wird hier wahrscheinlich noch ein paar Geheimnisse und sowas geben. Aber die werde ich erstmal, wie gesagt, auslassen. So, was haben wir denn hier drinnen? Oh ne, wer ist hier denn? Der toxische Zerstörer? Oh ne, wer ist hier drin? Oh ne, wer ist hier drin? Down! Uuhu! Uhuhu! Uhuhu! Nice! Nice! The toxische Zerstörer ist down! Und... Alter! Okay, das ist dann natürlich die Oberhärte der Typ. Wie so ein Fehler im System manchmal bei den Leuten hier. Oh Gott, das war super wichtig. Dass ich den auch noch stunnen konnte. So, jetzt müssten wir aber auch gleich da sein, ne? Beim Kronensender! Ich sollte nicht so viel einsammeln. Obwohl, wir kriegen ja gleich den... das nächste Lagerfeuer. So, Interaction! Tor öffnen! Immer noch ungeil, dass ich das nicht so öffnen konnte. Nächstes Lagerfeuer entdeckt. Naja gut, allzu viel kann es ja auch gar nicht mehr geben. Was, warum sammle ich denn Holz? Bin ich blöd? Ich bin nicht mal hingekommen. Mann! Lass doch mal bitte den Typ da hinten außen vor. Wieso kommt er denn vorbei, aber ich nicht? Oh, ach, 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 ach! Der Fahrstuhl vor dir sollte dich zum Kronensender raufbringen. Ja. Scheiße, ich muss speichern. Also, ich muss mich einmal heilen. Jetzt kann es natürlich sein, dass die Leute wieder respawnen. Naja, natürlich. Oh, ich muss mir irgendwie einen blöden Weg suchen jetzt. So, und jetzt so ganz entspannt, also entspannt. How can I get there? Ja. Ja, obviously natürlich wieder mit... Man, bist du denn behindert? Ja, endlich. Ja, voll. Nummer eins ist da unten. Soll ich noch ein zweiter gewesen? Okay. Okay, sehr geil. Wir haben zwar keine Granaten mehr, aber wir haben es geschafft. So, dann nutzen wir mal den Fahrstuhl. Kroneneingang, die Krönung. Kurt Krömer. So, ich muss unbedingt hier raus in den Verbindungs-Tomen öffnen. Hallo? I need to go out here. Where is the Ausgang? Here is the Ausgang. Hellooo! Gibt's hier kein Lagerfeuer eigentlich? Oh mein Gott, fuck you! Nein, nein, ich bin tot! Ich bin tot! Ich bin doch nicht tot! Klaas'n Lagerfeuer. Ähm. Wo? Da hinten? Soll ich da hinkommen? Da ist das Lagerfeuer drin. Ich will hier raus. Ich will hier nicht sein. Oh, fuck. Ich will hier nicht sein. Oh, fuck dich! Ich will hier nicht sein. Ohohoho ich komme hier nicht raus! Oh, wie komme ich denn hier weg? Lass mich doch hier bitte raus! Hallo. Es macht überhaupt gar keinen Sinn, dass ich die Leute töte. Okay, das ist ein Wolf. Komm her. So, warte mal. Ich muss mal ganz kurz sehen. Ein Joachim hier. Kaputthauen. Ja, hau rauf. So. Frange, komme ich jetzt zum Lagerfeuer? Andere Frage, wie komme ich da oben hin? Da hinten lang. Da ist ein Dings. Boah, ist das... fies. Warum hau ich das kaputt? Ich hätte auch einfach entspannt vorbeilaufen können. Ähm... Komm ich hier jetzt rein? Ja. Gerade so. So, ich werde einen Teufel tun und jetzt mich ans Lagerfeuer setzen. Mann, Alter, wie geht's denn hier weiter? Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Oder... Oder... Nein. Da geht's auch nicht weiter. Boah, ich muss wirklich nicht diese Kackbasis durch. Was ist denn hier? Hallo? So. 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 Einfacher. So. Okay, komm ich jetzt hier endlich raus? Nein. Die Antwort ist no. I'm not coming out of there. Fuck, alter. Wie komm ich denn jetzt hier durch? Du kannst doch nicht durchschießen, oder? Nee. Die Kiste kaputt. Aua, den Sack kaputt. Das ist tatsächlich auch der einzige Ausgang. Scheiße, ich muss hier raus. Aua. Ein Glück kann man hier alles zerdeppern. Ich seh überhaupt nichts. Fuck, da ist ja noch so'n Ding. Alter, wo bin ich denn? Hier. Ja, fuck. Scheiß drauf. Wir probieren's jetzt. Ich glaub, wie sagt nicht, dass der hinter Dinger schießen kann. Oh mein Gott. Fick dich hart. Fick dich hart. Alter. Ein dickes fettes Fuck you an dich. Fuck you, Alter. Mann. Ist das blöd. Das ich aber auch nichts gegen die Dinger habe. So ein verdientes Lagerfeuer. So, jetzt ist mir auch egal. Jetzt, ich muss unbedingt speichern. Ich hab keinen Bock. Also, die, äh, Geschütze sind ja dauerhaft weg. Die respawnen ja nicht. So, auf in die nächste Region. Die Fluchtkapsel sollte nicht weit weg sein. Wo ist denn nun die Startrampe? Ich will hier nicht sein. Ich möchte hier nicht sein. Nein. 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 Get away. Get away. Geh weg. Ich muss unbedingt zu dem Funkturm. Ja. Alter, du drehst dich auch noch fast um 180 Grad? Ja, aber 360 Grad? Das ist ja ein scheiß Ding, Alter. So, komm. Hörf. Nimm's weiter. Oh, da ist noch eine Gruft. Ich hab echt gedacht, dass wir mittlerweile alle Grüfte gefunden haben. Okay, da oben sind auch noch Gegner. Krass. Ah ja. Okay. Ich muss auf jeden Fall hoch. So. Grufto. Okay, hier geht's hoch. Oh Gott, was? Hab ich mich erschrocken? Alter Schwede. Alter Schwede. Der hab ich überhaupt nicht gesehen. So. Nein. Festungseingang. Die Krönung. Dicker, komm mal her, bitte. Komm, wir müssen mal hier kämpfen. So. Boah, Alter. Also hier ist ja wirklich... Das ist schon... ...ne ganz schön krasse Nummer, muss ich sagen, hier. Also, klar. Ist ja auch das letzte Level. Ähm. Eine Kassette? Ist ja eine Kassette. Blockiert. Ist mir egal. Ist das nicht dein Ernst, Alter? Wirklich? Du kommst da nicht durch? Oh. Oh. Hallo? Ach, und die Wände kann ich wieder zerstören? Ihr seid mir denkbar egal mittlerweile. Oh, endlich. Oh, und jetzt kann ich aufräumen. Oh, ist das schön. Ach, der Funkto. Yeah. Yeah, baby. Link Towers. Okay, hier hinten komm ich nicht hin, oder was? So. Sender. Tödliche Frequenz herstellen. Yes. Was, 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 was? Festungs-Lockdown? Oh, schön. Weil ich auch gerade so viel, so viel Bock auf Festungen habe. Weil das Spiel an sich ja nicht schon beschissen ist. Also nicht beschissen, sondern, äh, schwer. So, was haben wir hier? F, G, Y, T, G, Synth-Test-Aing. This is an automated record-wing. Sente from a Crown S-Stationing, K23s. The Crown, oh klar. For those of you thinking of building your private underground shelters, I say this. Is that really something that will help your neighbors? Or is it an act of pure selfishness? Something that only a snake would do? This is an automated recording sent from K23, the Crown Station. Ah, okay. Y, L. Synth-Test-Aing. Es gibt mehrere Audioaufzeichnungen, die der König am Kron-Sender aufgenommen hat. Höre sie dir alle an. Sag ich ja, der König. Personal Audio Log about Reminders. During my refuge, I will lose grip of reality. I need to find a way to remind myself of what's important. Something I can't destroy even when my mind goes to dark places. Something I can't reach until I've regained myself. The latest iteration of the voice synth is good enough. Automated broadcasts will start immediately. Ah, ja. Also der König hat also diese ganze Durchsagen veranlasst. Nicht selber gesprochen, wie ursprünglich von mir gedacht. Aber immerhin haben wir wieder was rausgefunden. So. Ich gucke hier weiter. Meine Damen und Herren, dann machen wir Schluss jetzt. Sehen uns morgen wieder. Ne, Quatsch. Morgen ist ja Wochenende. Montag sehen wir uns ja erst wieder. Und dann werden wir... Gibt es ja eigentlich kein Lagerfeuer? Ich müsste mal Sachen abgeben. Das ist so eine unübersichtliche Karte, ey. Also weil die halt auch in ganz vielen Ebenen aufgeteilt ist. Da ist ein Lagerfeuer. Da muss ich mir heute die gesamte Festung kämpfen und da nach oben gehen. No. Hier ist übrigens das Endziel. Achso, kurz vorm Endziel. Wie komme ich denn überhaupt hin? Achso, easy. Hier oben lang. Da... Oder? Komm ich da hoch? Na ja gut, wir gehen erstmal sowieso in die Festung. Oder? Machen wir erst das? Ah, ich habe keine Ahnung, was wir machen. Wir werden uns schon was ausdenken. Was war am Montag und dann in der nächsten Woche? Also ich hoffe, dass wir in der nächsten Woche endlich durch sind mit dem Spiel. Also was heißt endlich? Das Spiel ist ja... Ja, ich sage es ja immer wieder. Das Spiel ist... Suppi. Suppi, gut. Suppi, klasse, toll. So, Festungseingang. Wie gesagt, da gehe ich nur rein mit leeren Taschen. Und nicht hier mit der volle Kapelle, die ich gerade habe. Morgen. So. Gucken wir mal kurz in die Waschmaschine. Stop. Fetzen. So, haben wir das auch nochmal kurz bereinigt. Dann also... Bis Montag, mein Lieben. Habt ein gutes, schönes, entspanntes Wochenende. Und mir auch sehen uns, würde ich sagen, ne? Mir auch sehen uns. Haut rein.